Wir gehen einmal vorerst ganz oben, müssen jetzt noch ein bisschen zittern. Es kommen nämlich noch vier Paare und wir machen weiter in der Runde 4, Rund No. 4. Und willkommen auf der Strecke, der Paar No. 186 von Hungry, Balit und Mola. Strecke, der Paar No. 186 von Hungry. 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 Wir warten noch auf das Ergebnis, die Wertungen sind da und es ist der vorläufige dritte Platz.